Hallo zusammen, heute bauen wir eine Polizeibeleuchtung mit Transistoren, Kondensatoren und Widerständen. Wenn wir den Stromkreis speisen, fließt der Strom durch den Widerstand und die LED 1. Dann wird den Kondensator mit Energie aufgeladen und bei Erreichen seiner Sunspannung entladen. Dies aktiviert den Transistor und lässt den Strom durch ihn fließen und die LED 2 einschalten. Dies wird immer wieder wiederholen. Um die Zoomzeit zu verkürzen, muss der Widerstand verringert oder die Kapazität des Kondensators verringert werden. Im Gegenteil, wenn wir das Ei verlängern oder das Ei- und Ausschalten verlangsamen wollen, muss der Widerstandwert oder der Kondensatorwert erhoch werden. In der Beschreibung finden Sie die Schaltung für die Polizeibeleuchtung oder ich habe eine extra Schaltung gemacht für 3 LED. Sie brauchen nur eine kleine Schaltung plus Kondensator, Transistor und zwei Widerstände. Untertitelung des ZDF für funk, 2017